Wenn es gut geht, dann können wir den Kanal abonnieren. Mann, halt die Schnauze! Gut, wir haben noch zwei Batterien. Das wollte ich nur wissen. Deswegen bin ich jetzt zurückgegangen. Oh, wusste ich gar nicht, dass man auch da durchgehen kann. Ich warte, bis der Typ wieder hier ist. Ich bin nun bereit aufschließen. Kann der andere Typ mal jazern beim Aufhören zu singen? Ich finde es gut, dass hier das Fenster ist. So kann man jetzt genau die Route beobachten. Okay. 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 What? Okay. 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 saw Vor these things are always good. How many do you know? Man is broken. Das Drone ist von Generation zu Generation. Das Drone ist von Generation zu Generation. Das Drone ist von Generation zu Generation. Ich bin hier schon wieder über 20 Minuten. Ich glaube schon über 30 Minuten. Sobald ich ihn jetzt wieder hier sehe und wenn er wieder vorbei geht, dann gehe ich los. Das Drone ist von Generation zu Generation. 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 Ich lasse mir gerade wieder viel zu viel Zeit. Aber ich bin gerade auch sehr konzentriert. Ich dachte, jetzt hat er mich entdeckt. Ich bin gerade auch sehr konzentriert. 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 Ich bin gerade noch nie. Warum wurde ein Gestahl jetzt die Tür aufgemacht? Ich hasse es, wenn die Gegner einfach ihre Route erinnern. Oh, Junge. Hörst dir jetzt mal auf. Mann, ey! Ich frage mich trotzdem, warum dir eine Tür aufgerissen wurde. Kann er sich doch mal ganz normal bewegen? Ja, ich weiß, ich hänge wieder hier viel zu lange fest. Ich glaube, jetzt auch gefühlt eine Fülle Stunde oder vielleicht ein bisschen länger. Ist aber gerade auch ein bisschen schwer, weiter voranzukommen, weil er ein bisschen immer wieder seine Route ändert. Wisst ihr was? Ich glaube, es wird einfach durch. Fisch. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Spiel geht mir jetzt richtig auf den Sack. Wo ist der denn jetzt? Ich hasse es! Sobald ich so oder so wieder da bin, dann ändert der wieder seine scheiß Route. Ah, der ist gerade rechts von mir gewesen. Ich habe ihn nicht gesehen. Er ist seine Silhouette. Ich kann jetzt einfach durch und gut ist. Mann, Schnauze! Das ist eine Sache, die ich in diesem Teil kritisieren muss. Im gesamten Franchise. Wie man erst mal fliegen hört. Ah, ein Grafikpack. Was war das? Was war das? Was war das? Das war das Wort Lamentate. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Ich schenke wieder mal fest. Wo sind wir? Oh Gott, das will. Aber ich lasse mir auch wirklich viel zu viel Zeit gerade. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das denn? Was ist das denn? Oh Gott, ich weiß nicht. Ich bin... ...un... ...oh... ...oh, wir müssen... ... ich muss sie jetzt... ... ich muss sie schraubchen. Nein. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß nur, ich weiß es nicht. 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 Warum müssen wir das so schön machen? Du weißt es, Gott. Du weißt es, Gott? Du weißt es, Gott? Du weißt es, Gott. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir stehen in opposition zu den Antichristen. Wir hoffen es. Wir können nicht nur wie Jesus sein, wir müssen wie Gott sein. Wir müssen wie Gott sein. Gott hat uns das. Gott hat uns das. Stattetze und Stattetze nach deiner aus der Lufts Simit. Zitze, Gott! Gott, ich lege dich, wer das klteste ist? Das Zweig, der Ami in die Militär. Hör auf mich! Ich muss sie nicht erschrecken. Gott hat uns die Jäge! Ich weiß es, Es gibt nichts, aber nichts. Die Wahrheit ist hier jetzt. Kommt direkt. Gott, ich lege diese Hände auf diesen Verlusten-Sinn und bitte, dass Sie die Wahrheit zeigen. Geh mit meinen Kindern. Gott, gib mir meine Hände. Gott, gib mir meine Hände. Find Linh. Nichts ist aber Linh. Ah, wir haben noch eins übersehen. Ähm... Meine Liebe, bitte versuchen Sie stark zu sein. Papa sagt uns in jedem Gottesdienst, dass der Herr in unseren Träumen unsere Sünden zeigt. Wir müssen und wir müssen uns diesen stellen, sollten wir Gott gerechnet werden wollen. Gerecht werden wollen. Wenn diese Visionen schlimmer werden und die Träume von unseren wachen Augen erscheinen, so müssen Widrigkeiten bevorstehen. Harte Zeiten. Doch das Paradies ist auf der anderen Seite. Entweder der vierten E. Auf der anderen Seite. Nicht anderen Seite. Anderfalls, ich glaube, so kann man es ausschreiben. Aber dann finden Silikon. Gott liebt uns und gibt uns nie mehr... Gott liebt uns und gibt uns nie mehr, als wir tragen können. Auf ewig Dein. Und Philipp. Es ist großartig. Einfaches Art von Vatikan. Schau mal alles hier. Niemand weiß über ihn. Es ist nicht möglich. Ach da. Ich meine, warum nicht rüberklettern? Ein anderer Fall ist okay, da sind Stacheldrahtzäune. Speichert. Gut. Wenn es hier speichert, auch wenn es irgendwie die Distanz kurz war, werde ich jetzt hier die Aufnahme wenden. Ich nehme schon über 50 Minuten auf. Ja. Ich hoffe, das nächste Mal campe ich jetzt nicht so lange. Und lasse mir sehr viel Zeit. Aber ich befürchte, das wird noch hin und wieder mal passieren. Aber naja. Weil man halt nicht genau weiß, wie es weitergeht und so alles halt. Und so alles. Ja. Ich hoffe, euch hat diese zwei Parts trotzdem gefallen. Auch wenn es jetzt eine ganze Aufnahme ist. Ja. Deabonniert die anderen und abonniert dafür mich. Dann bei mir ist alles frisch. Ansonsten sage ich hier noch Tschüssi Koski und bis zum nächsten Mal. Ichweige, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.